Moin ihr Baggerlooten! So, hier geht das weiter jetzt. Letzte Folge Gothic, Folge 80 und dann geht das so los hier. Pass auf, ich hab jetzt bis hier nochmal hell gespielt. Aber wir müssen mal gucken, ich hab nicht was gefunden. Wo ist es denn jetzt? Da, guck mal! Fährt euch das mit den Tränken auf. Guck mal, was wir hier an Arscholltränken haben. Die haben wir jetzt quasi gefunden. Ähm... Das war oben, ja, ne? Von hier kamen wir rein. Dann ging das ja da lang, da lang, da lang und da lang. In diesen Dingen. In der Mitte war Xardas. Und dann sind wir ja quasi an den direkt rechts neben uns gegangen. Und ich bin jetzt nochmal in die anderen oben reingegangen und da hab ich, eigentlich mehr aus Versehen, als ich hierher gespielt hab, und da hab ich ganz viele Tränke gefunden. Passt mal auf. Wir gucken jetzt, ne? Was wir da jetzt haben, seht euch das mal an. Und jetzt, also, ähm, 80, 40, ich überpeile. 80, 40, 130, 500. 80, 40, 130, 500. Den werden wir jetzt reinsippen hier. So, 8 Geschicklichkeit mehr. Was haben wir hier? Maximal Lebenssynergie. 15, dann haben wir hier 30, äh, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135. 135 mehr Leben. Okay? So, dann sind das 30 mit 2, 60, und 90. So, da würde ich jetzt nicht nachrechnen. Einfach, ne, 6 Stärke, 6 Geschicklichkeit, schafft schon beides. Und Stärkebonus auch einfach nochmal bis zum A-Start rauf. Hahaha, das ist so geil. Das ist so übel. Ist so motherfucking übel. Echt mal. So, nehmen wir nochmal, na, machen wir gleich. Erstmal wird jetzt hier schön einer gebarzt. Na, barz, kühn, barz, alter, barz, kühn. Uuuuuh. Was bleibt mir fertig da? Ich glaube, 50. 70. Bar 20. Das ist ganz schön übel. Das ist echt ganz schön übel. So, erstmal den Scheiß hier reinsippen. Das ist echt ganz schön übel. So, ich nehme jetzt einfach nochmal, wir haben genug davon. Nochmal, zwei Minuten sprinten, bitte. Hätten wir alles viel mehr benutzen können. So, zwei, eine Einhandwaffe. Das Gasschwert. Ja! Ei! Boah, das Ding sieht so nice aus. Das Ding sieht so nice aus. Hübsches Schwert. Guckt euch das an. Hübsches Schwert. Sehr geil. Und das macht, wie viel jetzt? 100 Schaden. Schockt. So, aber jetzt, bevor hier wieder irgendwas Blödes passiert, speichern. Äh. So. Weil ich befürchte nämlich, dass das hier immer noch nicht ganz so geil klappt, wie ich mir das erhofft habe. Berückter Kokolom. Ups. Das kennen wir ja schon. Das versuche ich zu überbrechen. Äh. Da steht er! Da steht er! Da ist er! Da ist er! Da sind seine Anhänger! Das sind alles fucking Groupies! Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Äh. Ähm. Okay, warte, ganz schnell einmal. Todesau kommt weg. Und Tote vernichten. Wo ist der jetzt? Da. Wow! Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du musst nicht noch deutlicher werden. Ich hab dich schon verstanden, dass du kacke bist. Niemand lässt dich gerne beim Justin Bieber Konzert stören. So, pass auf. Oh, wenn das nicht so ewig dauern würde, ne? Laufen jetzt alle einfach so an mir vorbei? Im Ernst? Interessiert dir das gar nicht? Weg mit der Magie. Hm, hm, hm. So. Jetzt ist hier richtig Krieg. Das könnt ihr mir glauben. So. Armee der Beboden. Angriff. So, du kommst noch ein. So. That's how we're doing it. In my hometown. Dude. So. Wir setzen an Novize. Kommt, haut auf den Drupter. Und auf den auch. Wunderschön. Haha. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist das geil oder was? So, wo ist denn der Typ da jetzt? Liegt der jetzt auch wunderschön? So, meine Kinder. Lauf, lauf. Der macht sie kaputt. Ups. Hilft mir. Ich mach denen aber immer noch keinen Schaden. Das wundert mich. Wer macht ihr das? Das ist in Ordnung für mich. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ups. Ups. Entschuldigung. So, das war Kalon. Den Rest macht ihr jetzt hoffentlich bitte mal. Macht mal. Kommt schon. Jungs. Macht was für euer Geld. Bitte. Wow. Da schießt schon wieder irgendwas mit diesen Feuerbänden. Die ich nicht... Aber ich weiß nicht, was es ist. So, pass auf. Da laufen nur noch ein paar. Hier. Da. Den. Macht den mal kaputt. Und die hier auch. Ich will nicht schon wieder sterben. Los. Haut da drauf da. Los. Macht was, Jungs. Hilfe. Wunderschön. So soll das sein. Da. Pass auf. Jetzt den. Dankeschön. Als Magier muss ich selber nichts können. Ich wundere mich aber, warum ich denen halt echt kein Damage mache. So gar nicht. Das wundere mich wirklich. Also ich meine, ich habe jetzt eine Stärke bis zum Arsch. Und ein gutes Schwert. Und ich glaube, das ist das beste Einhandschwert, was wir hätten finden können bislang. Deswegen habe ich keine Ahnung, warum ich dem nichts mache. Ich meine, dass wir auch einfach mal wieder zwei Level gemacht haben. Und auch nicht mehr so weit vom dritten sind. Aber gut. Und jetzt will ich wissen, was war das hier? Da ist der Schläfer. Seht ihn euch an. Und da ist der Schläfer. Wow. Und der Schläfer ist das. Das ist er. Da ist Justin Lieber. Guckt ihn euch an. Justin. Au. Lass mich hier. Lass mich durch. Leute, ihr seid scheiße. Hilfe. Ich bin in der Opferschale. Ich will nicht in die Opferschale. Hilfe. So. Pass auf. So. Da ist das erste Herz. Und rein damit mit dem Schwert. Nein. Jetzt haben wir das schon. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Irgendwas habe ich kaputt. Halt, warte. Da heile ich gegen. Ich heile gegen. Ich heile gegen. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Hilfe. Da ist noch ein Typ. Da war ein Typ. Okay. Also ich kann dem Schläfer Mist gegenheilen. Alles klar. Ich gemerkt. So, wir wollen aber noch mal wieder was sehen hier. Deswegen mache ich noch mal Licht an. Oh. So. Oh. So. Am besten nimmst du auch noch mal so einen fetten, geilen Trank hier. So, los da. Dann kann dir keiner was. Nein, lass mich in Ruhe. Du triffst mich nicht. Den mache ich zum Schloss. So. Los, und rein da. Orkischer Herzschwein. Wow, mein Demo. Wow. Wow. Leute. Scheiße, guck mich an dir. What the fuck? Hilfe. Habt ihr das gesehen? Simon. Du darfst doch nicht kaputt gehen. Simon. So, ich glaube, ich brauche erst mal wieder ein Partimon so als Schutzschild. Und scheiß die Wand an. Ei, 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 ei. Oh. Die haben Dämonen beschwört. Irgendwie so. Also beschworen und so. Und wo ist denn jetzt der zweite Dizer? Wahrheit öffnet... Das ist jetzt nur Special Effects. Also, da hinten öffnet sich jedes Mal eine Tür hinter diesem Schrein. Und die sind nämlich zuhauf hier unten. Die kommen dann da einfach raus. Die würden nicht einfach so direkt von mir spawnen. Ja, das war... Der konnte halt zaubern. So. Zwei Stück brauchen wir noch. Dann sind wir durch damit. So, den nimmst du da ja. Heilung ist jetzt da drauf gelegt. Und los, Attacke. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, Schläfer, schieß. Äh, ja. So, jetzt alles klar. Platzer, Platzer. Ich muss davor. Die Dämonenlord. Okay, äh, dann hatten wir den doch schon. Den hatten wir, hatten wir die jetzt auch schon. So, dann noch den hier. Dann müsste das jetzt echt der letzte sein. Dann fehlt uns da noch einer. Und rein damit. Okay, warte mal. Ah. Oh, warte, halt. Nein! Dann haben wir ja nicht das letzte Mal gespeichert gehabt. Scheiß die Wand an. Im Ernst. So, klatsch die Novizen um. Das ist ja keiner, ne? So, nee, nicht Todesregen. Wo ist denn jetzt Licht? Heilung. Ich will Licht. Da. Jetzt will ich auf Heilung. So. Alles klar. Dann versuchen wir das nochmal. So, da ist der Schläfer. Schläfer, du musst nochmal schießen jetzt. Schieß doch mal. So, alles klar. Danke. Jetzt lass mich hier bitte wieder vorbei. So. Geh zu da jetzt. So, einer ist drin. Oh, da ist der Dämonenlord. Okay. Dann der Zweite jetzt. Zweiter ist drin. Komm, den Dritten rein da jetzt. Na, weiß ich nicht. Ist der jetzt drin oder nicht? Dritter ist drin. Haut den da um. Komm, 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 komm. Vierter ist drin. Oh Gott, jetzt haben wir wieder das Problem. Und jetzt. War der jetzt drin oder war der jetzt nicht drin? Wow. Leute. Da sind die immer noch. Tut doch mal was gegen die. Was macht ihr denn da? Ich glaub's ja nicht. Was soll denn das? Schnell, die Tränke. Tränke. Ah. Die tun nix für ihr Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt drin hatten. Pass auf. Ich spreche einfach mal auf dem anderen Slot. So. Super. Alles klar. Bah. Ähm. Wo sind jetzt die Dämonenlords? Na, durch. Hallo. Ich hab hier Business zu tun. Ey, hallo. Ich will hier rauf. So. Da. Da. Ach, den kann ich aber selber gut Damage machen, oder was? So. Alles klar. Wunderschön. So, Leute. Das Herz hatten wir jetzt auch schon. Und jetzt das letzte hier. Und dann ist er platt. Verabschiedet ihr euch von eurem Trastentgeber? Oh, das war's soll. Bam! Oh, das war's soll. Oh, das war's soll. Oh, das war's soll. Fat sich unter Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist vorbei. Gothic 1 ist durchgespielt. Man glaubt es nicht. Es ist vorbei. Es ist durch. Aber was macht man dann so an der Stelle? Richtig! Selfie! Wunderschön! Selfie! Er hat es getan! Wunderschön! Schack, schack! Hinshot! So, ich könnte jetzt eigentlich auch einfach weggehen, ne? Das würde gar nicht auffallen, oder? So. Super. Scharf machen. Geil! Also, die Kamera muss mich nicht scharf machen. Ich meine ich... Ja, ich lasse die Credits jetzt einfach mal durchlaufen. Und dann einfach mal gucken und kommen, ne? Was hier so abgeht. Schöne Nummer. Schöne Nummer. Und ich freue mich tierisch... Jetzt bald... ...den nächsten Teil in Angriff zu nehmen. Und dann noch den nächsten und den nächsten und den nächsten. Warte, 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 durch! Geil! Cool, cool, cool! Es hat mir mega Spaß gemacht. Auch wenn es wirklich hammerschwer war. Auch wenn es echt widerlich war. Also, mit den Mods... Also, es gab jetzt ein bisschen mal was hin und wieder. Das war ganz schön. Also, die Mod fand ich auch gut, dass die echt so noch ein bisschen mehr... ...Karsten, alter Schwede. Okay. Ähm... Ich fand es gut, dass das ein bisschen mehr Leben irgendwie... ...Gothic Girls. Entschuldigung, ich bin hier immer so ein bisschen... ...Gothic Girls. Natürlich, denen denkt man immer. Egal. Ähm... Gott. Also, ähm... ...dass die Mod, die Wörter verurteilen, so viel Leben nochmal reingebracht hat. Nochmal Dinge, die verändert hat, bei denen nie was war. Und das ist ganz schön cool. Es war echt schon schön, aber... ...mit dem Schwierigkeitsgrad fand ich das echt ein bisschen krass. Weil ich fand es echt krass. Nehm Schnitzel, Onkel, für die Eintöpfe. Also, ich werde es hier quasi nachträglich importieren. Ich hoffe, dass das überhaupt so ein bisschen synchron ist jetzt. Mit den... ...Credits. Weil hier steht gerade Gothic Newses. Bites Soundsystem, Bing Video Player by Red Game Tools. VDFs by Nitro Software. www.gothic.de, www.pirana-bytes.com Bites.com Und damit hat sich das Spiel instant beendet. Ihr Bagger Looten, liebe Leute. Bis zum nächsten Let's Play. Schaltet weiterhin ein, bleibt mir treu. Däumchen hoch, würde ich mich super freuen. Lasst ein Abo da. Und unbedingt einen Kommentar. Winke, winke, ciao und... Juhu.